Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 13. Ausgabe der Griefer News. Der Streamer Verhasster hat den Rang Streamer erhalten, während Junro 95 freiwillig als Helfer auf T-Bild 20 zurückgetreten ist. Auf der 1.8 wurde die Osterkiste released und die Frühlingskiste auf der Cloud. Die Besitzer des Erebor Casino wurden beim Echtgeldhandel erwischt und gebannt. Das Casino wurde daraufhin von Abge in Beschlag genommen und im Forum versteigert. Der Spieler Sadwar True hat das Casino für anderthalb Milliarden Dollar ersteigert und hat sich entschlossen 60% des Gewinns an die Community zu spenden. Aktuell stehen auch Lappensino und das CS Casino unter Echtgeldhandelverdacht. Das beschlagnahmte Geld wurde in die Community-Kisten gelegt von ca. 300 Millionen Dollar. Außerdem ist die Community-Kiste nun dauerhaft verfügbar mit drei variierbaren Preisen. Das Cloud-Update auf die 1.24 ist auch nun komplett abgeschlossen. Ein weiteres Angel-Event auf der 1.8 und der Cloud ist zu Ende gegangen. Zu Angeln gab es 25 Sammelköpfe in Normalform sowie verzaubert zum Thema Meereswesen und drei Aqua-Werkzeuge als Sammelgegenstände. Auf City Build 10 beim PH-Rathaus kann man seit Januar seine Wünsche beim Wunschbrunnen einwerfen. Der Wunschbrunnen befindet sich vor dem Rathaus vom Helfer SI Marv AP. Zu Ostern gibt es für die Community wieder eine Menge abzuräumen. Events finden durch das Lappen Sino mit 300 Millionen, M-Box Casino mit 250 Millionen, dem Spieler Chevalier Deo mit 34 Millionen, Labby Preise mit 20 Millionen und Solar Fox 007 mit 34 Euro Guthaben und 12 Millionen sowie weiteren statt. Das Plot-Bewertungsformat von Abgegrieft wird durch den Spieler Benny Official mit Unterstützung weniger Streamer neu aufgerollt. Plots der 1.8 sowie der Cloud sind unter dem Formusbeitrag einzusenden. Zu gewinnen gibt es auf der 1.8 ein bestes Bewertungs-Item und auf der Cloud eventuell ein neues Item durch das Team, was aber noch nicht feststeht. Ab sofort ist es nun möglich bei den Griefer-Clips Werbung zu schalten. Beworben werden können Shops, Events, Dienstleistungen, Verkäufe, Farmen, Clans und Minigame-Maps. Der erste Link in der Videobeschreibung führt zum Community-Discord, auf welchen die Preise, Werbemöglichkeiten und weitere Informationen einsehbar sind. Bei Interesse ist ein Ticket im Support-Bereich zu öffnen. Wir bedanken uns wieder fürs Einschalten und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017